Fourth Night und damit herzlich willkommen zurück zur Five Nights of Freddy's. At Freddy's, nicht Off Freddy's, Alter. Ich bin schon so nervös wieder, dass ich das nicht mehr auf die Reihe krieg, Alter. Also, vierte Nacht. Die dritte haben wir auch überstanden. Wir sind über die Hälfte hinausgeschossen und unser Telefon klingelt wieder. Noch bewegt sich niemand. Hey, hey, listen, I may not be around to send you a message tomorrow. It's been a bad night here for me. I'm kind of glad that I recorded my messages for you when I did. Hey, do me a favor. Maybe sometime you can check inside those suits in the back room. I'm going to try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. Yeah, I always wondered, what was in all those empty heads back there. No. So, no. Oh! War der jetzt bei ihm? Tja, Pech gehabt, Freund. Da ist Foxy, glaube ich. Alles klar, Freunde. Einfach konzentrieren. Das hat jetzt ganz gut geklappt. Mehr oder weniger. Nur wenn er losrennt, der Foxy, dann bin ich meistens etwas überfordert. Und kriege das irgendwie nicht hin. Oh Gott, die sind schon alle weg! Da ist einer, da ist einer. Hier ist noch keiner. Noch nicht. Oh Mann. Ich traue mich gar nicht, was zu sagen. Also geht mal am Ende noch was. Nein! Nein, ich schaff's wieder nicht! Ich bin dieses Mal nicht so arg erschrocken, aber trotzdem. Scheiße! Ich find das so fies, wenn er das tut. Lass das. Das macht man nicht. Okay. Scheiße, ey. Ich darf nicht mal lang gucken, wenn ich sowas höre. Einfach zuschließen auf Verdacht. Mann, ey. Jedes Mal. Das war in der letzten Nacht auch schon. Aber beim zweiten Mal ist er dann nicht mehr gerannt. Also beim zweiten Versuch. Ich hoffe. Das macht... Okay, die ersten bewegen sich, glaube ich, schon. Ja, Birdie ist schon mal weg. Achso, Birdie geht ja diesen Weg hier, ne? Da war er. Ich habe ihn gesehen da oben. Okay. Ruhig bleiben. Ich habe jetzt ziemlich viel Akku verbraucht für die Rumguckerei schon wieder. Da ist Foxy, glaube ich. Ja. Das war Foxy. Einfach ruhig bleiben. Und sobald ich das Klappern und Rennen höre, sofort zumachen. Ich habe keine Chance mehr. Ich glaube, wenn ich in die Kamera gucke, ist es unmöglich, das noch rechtzeitig zuzukriegen. Noch ist keiner da. Also zumindest in der Nähe nicht, was nichts heißt, weil die sind immer da. Und ich bin leider auch da. Und das ist gar nicht wunderbar. Das ist zum Kotzen. Lass mich raus da. Bin ein Nachtwächter, holt mich hier raus. Das ist nicht so klanghaft, wie Star holt mich hier raus. Aber okay, Foxy ist hier. Birdie auch. Birdie ist schon vor der Tür. Und tschüss. Ach so, man kann ja die Tür offen lassen. Äh. Also. Wenn ihr versteht. Zulassen, um zu checken, ob er da ist noch. Ich hab was Rennen hören. Tür auf. Tür auf. Oh, die ist erstmal wieder hier. Schon wieder. Alter, nervt nicht. Nein, wieder versaut. Alter, Foxy. Ich muss es einmal schaffen, ihn abzuhalten. Ich wette, der macht das nur einmal. Aber ich krieg's nicht hin. Ich werd immer wieder überrascht. Immer wieder. Ich glaub, dass am Anfang, wo ich was gehört hab, wo ich dann einfach zugemacht hab, das war auch Quatsch. Da ist er nämlich noch nicht mal in der Nähe gewesen. Oh, das nervt vielleicht, ey. Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. So ein Drecksspiel. Celebrate am Arsch. Ich feier, wenn ich das Spiel durch hab und nie wieder spielen muss. An denen installier ich das sofort. Und zwar mit Freuden. Und schon unterwegs. Ja klar, Birdie ist schon am Start hier. Wo ist das hässliche Vieh? Der Vogel. Da ist der Vogel. Hier, ja, ja. Schau mir in die Augen, Kleines. Let's eat am Arsch. Das ist hier ein Let's Play. Also weg mit dir. Hast dir nichts verloren. Mach dir einen eigenen Kanal. Das ist meiner. Wie sie sich hier in meinem Fame sonnen wollen, der nicht vorhanden ist, wohlgemerkt. Aber trotzdem. YouTube Money, lockt eben alle an. Und wenn es bloß ein paar Cent sind. Dom, dom, dom. Ja, alles gut. Wo ist er denn hin? Nein, wieder verbaut. Sag mal, die sind doch gerade noch alle da gehockt. Oder ist Foxy ein anderer? Verwechsel ich da was? Ist Foxy vielleicht... Ist das gar nicht Foxy, den ich mir da einmal anschaue? Bring ich da was durcheinander? Auf jeden Fall ist Foxy ein Arschloch, ja? Jedes Mal dieser Drecks Foxy. Bin langsam echt Ficks und Foxy. Wahrscheinlich heißt er deswegen so. Bin Fick und fertig. Menno. Mensch, es ging das letzte Nacht so gut. In einer Folge so. Mit drei Anläufen, glaube ich. Ich fürchte, dass es dieses Mal nicht so einfach wird. Celebrate! Am Arsch! Oh Gott, die sind schon beide weg. So, da ist einer. Und da ist einer. Soll das ein Hase sein oder was? Oder ist es? Da ist Birdie. Und da ist auch einer. Alle weg. Alle on tour. Toll! Ich bin einfach nicht schnell genug, wenn ich's Trampeln höre. Da ist einer. Ich glaube, Foxy ist ein anderer. Aber ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Nein! Boah! Dieses Mal hat's geklappt. Ich hoffe nur, er kommt nicht nochmal. Ich hoffe, er kommt nicht nochmal. Weil das jetzt relativ früh war. Mensch, wo randalieren denn die alle? Birdie kommt. Ja, die geht's. Auch okay? Ja, geh nur. Geh mal. Geh mal an die GEMA-Zahlen. Und lass mich in Ruhe. Oh, Mann. Zwei Uhr. Immer noch. Geh mal schneller rum. Blöde Zeit. Niemand da bisher. Nö? Lasst euch Zeit. Es ist noch nicht drei Uhr. Und ich hab schon fast die Hälfte vom Akku durch. Gut, aber... Nein! Boah! Ah! Immer noch. Kann der nicht wegbleiben? Jetzt ist er weg. Boah! Boah! Die will heute wohl gar nicht mehr, hä? Ist ja okay so. Der war ja letztens erst so früh da. Das wird eng, die das mal mit dem Strom, glaub ich. Ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Fuck! Game over. Okay, ein Versuch haben wir heute noch, Leute. Ich will das jetzt schaffen. Das kann doch nicht wahr sein. Das muss doch gehen. Oh! Der Foxy, der macht mich echt fertig. Fix und Foxy, wie gesagt. Mensch, wie lange können denn fünf Minuten sein oder wie lange das auch immer geht. Zehn Minuten. Die Zeit will nicht rumgehen. Echt krass. Mann, warum mussten wir eigentlich einen Job als Nachtwächter annehmen? Jetzt mal ehrlich. Wenn die tagsüber lieb sind, wieso sind wir nicht tagsüber hier? Außerdem, wer will hier was klauen? Hier ist doch nichts. Außer einer Lampe, einem Ventilator und einem angenuckelten Getränk. Ja, gut. Und wie nicht näher erwähnten Viecher, die hier umher wandern, wie die Irren. Nein! Schon wieder zu langsam. Ah, fuck. Anstatt... Das ist mein Problem, dass ich dann manchmal aus Versehen auf die andere Kamera noch klicke, anstatt auf die Tür schließen oder rausgehen und dann Tür schließen. Dann kommt er halt nochmal. Und kriegt mich. Och, Mann. Das zählt nicht. Nochmal. Nochmal. Ja. Och, Marsch, ey. Mann, Mann, Mann. Foxy, Alter. Du Fuchs. Vor allem so fuchsmäßig ist das gar nicht. Der rennt einfach. So ein Scheißfuchs bist du. Mach's mit deinem Kumpel Firefox und sei langsam. Mann. Am Ende kommt noch einer hergelaufen, der Internet Explorer heißt. Da müssen wir uns dann gar keine Sorgen machen, weil da ist dann wieder Tag, bis der ankommt. So, jetzt haben wir aber mal Klischees ausgepackt. Ach, schon wieder alle erwandern. Das ist höchst erfreulich. So, einer ist hier und einer ist hier. Also noch ein Stückchen weg. So, das denn jetzt. Da ist auf jeden Fall einer. Ach, solange der da steht. Da wird der andere nicht vorbeirennen. Oh, 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 oh. Von wegen. Scheiße. Das war knapp. Wollte gerade sagen, ich musste es nochmal testen und üben mit dem schneller rauswechseln. Das war arschknapp. Viel Zeit hast du da echt nicht. Das Ganze ist ziemlich primitiv gehalten. Wenn du hier Escape drückst, um aus den Kameras rausgehen zu wollen, habe ich schon getestet. Dann schließt du einfach das Spiel mit Escape. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass man zuletzt Spiele mit Escape schließen konnte. Okay. Links und rechts nähert sich was. Oh Mann, ey. Ein Uhr. Und schon 73 Prozent, also schon 28 Prozent verdammte Scheiße verbraucht. Ich finde diese Geräusche ganz schlimm. Komm schon. Schau schneller, du doofe Uhr. Boah. Boah. Gerade so. Gerade so. Ja, wenn ich sagen Akkuverbrauch, sieht es echt schlecht aus. Ich glaube, ich gucke immer noch zu oft in die Kameras rein. Oh, da kommt gleich was. Komm schon. So, jetzt hier, oder? Tür zu. Geh weg wieder, los. Ich habe nicht ewig Akku. Das weiß der Schlingel. Geh. Okay, weg. Tür auf. Strom sparen. Was? Ah! Wo kam der denn jetzt her? Oh, ne. Oh, ich mag nicht mehr. Oh, scheiße. Ja, für heute war es das. Wir machen morgen nochmal. Vielleicht klappt es ja dann. Nein, ne Fresse, ist das eine harte Nuss. Also damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Wo kam der denn auf einmal her, ey? Oh. Egal. Danke fürs Zusehen. Schreibt mir was in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann und tschüss.